Hallo miteinander, hier spricht Hamnook. Es ist Mittwoch, der 6. Mai 2020, 16.16 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Na sowas, es gibt gar keine Neuigkeiten heute. Tja, dann war das jetzt eine ziemlich kurze Durchsage, hm? Das war alles. Macht's gut! Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizon. Mein Gott. Wir gehen jetzt mal gleich zu Tom Nook. Und ich habe schon eine gewisse Zeit nicht mehr gespielt. Hallo? Okay, jetzt so. Dann, äh, meine liebe Taui, der Duft der Bäume und des frisch gemähten Grases lockt mich aus dem Haus raus in die freie Natur. Als du kleiner warst, mochtest du es nicht so sehr, aber inzwischen liebst du das, äh, Wandern. Stimmt's? Wandervolle Grüße, Mama. Und ein hübsches Papier. Sehr geehrte Taui, vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie Nook Shopping entgegenbringen. Wir möchten Sie heute auf ein wunderbares, saisonales Angebot hinweisen. Nur jetzt, also lassen Sie es sich nicht entgehen. Okay. Äh, Innendesign-Tipp. Hast du schon alle Möbel für dein Alltagsleben, Stühltischbett und obendrein ein Schrank? Äh, reichen völlig aus. Viel Erfolg! Okay, und da haben wir noch, äh, vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nook Direct Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von vier Sternis gutgeschrieben. Wow! Krass. Das nenne ich doch mal viel. Okay. Ähm, unser Inventar ist ein bisschen voll. Ich liebe dich auspacken. Geschenk auspacken. Kofferplattenspieler. Okay. Beutel von Mama. Tragen. Okay, der ist cute. Der ist ja richtig süß. Okay. Dann rollen wir mal kurz den anderen Beutel rein. Und ich habe mir eine Kleinigkeit runtergeladen. und zwar... Warte mal. So. Und zwar habe ich bei Designs... mir hier... schließen. Irgendwie ist es nicht drauf. Warum ist es nicht drauf? Oh... I'm confused. Aber okay. Ähm... Ah ne, warte. Hier. Da. 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 Ich habe mir das geholt. Was ist denn das hier? Inhafer Mütze. Was ist das hier? Eine Hut? Ach das ist ja auch süß. Okay, wir gucken uns die Sachen einfach mal alle an. Das finde ich ja richtig süß. Okay, auf jeden Fall habe ich mir das hier runtergeladen. Das habe ich früher in Animal Crossing 1 schon benutzt. Also 1, in New Leaf meine ich, mein Gott. Ich bin ja komplett bescheuert. Tragen. Und ins Lager. An die Wand. Okay, Menge Dunkel dadurch geworden. Ins Lager. Protein Shake Set ins Lager. Und Kung Fu Tea Service machen wir auch mal ins Lager. Kofferplattenspieler platzieren. Okay. Äh, nicht platzieren. Ins Lager. Genauso wie das hier. Das möchte ich auch ins Lager. Hübsch. Ich möchte meine Schiechen ausziehen. Mit denen bin ich nicht so zufrieden. Und dann können die ins Lager. So. Dann möchte ich hier einmal hinzufügen. Ich liebe dich. Okay. Okay. Hübsch. Okay, okay. Ähm. Sonst haben wir nicht mehr so viel. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz zu Tom Nook. Danach können wir noch unsere täglichen Sachen machen. Wie Steinchen kloppen. Und dann. Mal gucken. Ich würde gerne einmal kurz noch hier reingehen. Ähm. Menge Hunde draußen am Kläffen. Guck mal, das will ich haben. Ja, das nehme ich gerne. Hat man den Hund dolle? Das Fenster ist halt einfach zu. Und ich höre den übertrieben laut. Okay. Im Übrigen, die Folge kommt heute leider etwas später. In meinen imaginären Wundertüten habe ich diesmal eine ganz spezielle Emotion für dich. Eigentlich verwendet man die, wenn man etwas absolut verbockt hat, um sich zu entschuldigen. Aber man kann die auch super zum Headbang einsetzen. Na, habe ich dich überzeugt? Ähm, okay. Ich habe die Emotion Entschuldigung erlernt. Tut mir leid, dass ich die nicht schon kannte. Okay, süß. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und dann fragen wir mal Tom Nücklein, ob der etwas Tolles für mich hat. Aber vorher gehe ich noch kurz hier ran. Und hole mir meine täglichen Meilen ab. Bim, bim, bim. Und dann gehen wir mal hier reingucken, was ich hier so alles, äh, kaufen kann. Okay, nichts Besonderes. Aber, dann einmal hier. Besondere Waren, äh, ich hätte gerne halt hübsche Schuhe. Aber, naja. So, Bankautomate. Wie habe ich eine Geldbrille? Okay. Einiges. So, gut, dann reden wir mal mit Tom Nuk. Oho, du bist doch sicher für die Mai-Feier-Kite-Ticket hier. Habe ich recht, Taui? Anlässlich der diesjährigen Mai-Feier-Reihe bekommen heute jeder eins, der lieb fragt. Wo wir gerade beim Thema sind. Weißt du, was bei der Mai-Feier überhaupt gefeiert wird? Äh, nein. Oh, dann verrate ich es dir schnell. Hm, mit der Mai-Feier-Reihe bedanken wir uns bei all denen, die hart arbeiten. Wobei mein Mai-Feier-Reihe-Tour keine harte Arbeit, sondern eher vergnüglichen Freizeitspaß bedeutet. Mit meinem Reif für die Insel-Paket wollte ich die Möglichkeit bieten, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ich bin mir sicher, das ist mir auch gelungen. Ähm, aber ich habe dabei auch viele Hilfe von den wunderbaren Bewohnern unserer Insel bekommen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass in unserer Insel eine Menge harte Arbeit steckt. Jaja. Als Dankeschön hat Nook Inc. eine besondere Tour für Inselbewohner vorbereitet. Und zwar die Mai-Feier-Reihe-Tour. Jaja. Mit vergnüglichen Aktivitäten, die dir bestimmt gefallen. Also, ab ins Flugzeug und auf zu einem entspannten Kurztrip. Das hast du dir verdient. Ich habe ein Mai-Feier-Reihe-Ticket für dich am Flughafenscheiter hinterlegt. Es ist bis einschließlich 7. Mai gültig. Also hast du bis dahin Zeit, die Reise anzutreten. So, das war alles. Was ich dir sagen wollte, soll ich es noch einmal wiederholen? Ähm, nein, danke. Das heißt, wir haben auch noch was Wunderschönes zu tun. Ich würde hinterher gerne hören, wie dir der Kurztrip gefallen hat. Aber erst mal viel Spaß bei deiner Mai-Feier-Reihe-Tour. Okay. Was darf es sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohn. Ähm, was soll ich tun? Herrlich. Die Brücke steht. Dann ist es jetzt an der Zeit, sich um die neuen Häuser zu kümmern. Jaja. Hier, lass mich dir drei Hausbau-Kits über... Was? Äh, mit dem Hausbau-Kit, die ich dir gegeben habe, musst du nun drei Plätze für neue Häuser markieren. Natürlich müsste jede Wohnstätte dann auch nun, ja, wohnlich gemacht werden, Möbel und dergleichen. Daher liegt jedem Hausbau-Kit eine Liste mit der nötigen Einrichtung bei. Nicht verlieren, ja? Sämtliche Stücke lassen sich ganz einfach selbst basteln. Die Anleitungen dazu schicke ich dir. Und das war's auch schon. Aufrichtigsten Dank für deine Hilfe. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Gartenzwerg. Mhm. Lehm. Und Schallplattenkiste. So, so. Tschüssi. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht als erstes auf... Wobei, gar nicht. So. Dann würde ich vielleicht... Ich würde gerne ein Haus an den Strand bauen. Hier errichten. Okay. Ja, das ist ein bisschen arg groß. Äh, mal sehen. Ja. Das ist okay. So, damit steht fest, wo Grundstück Nummer 3 hinkommt. Äh, mein Dock von Klingelt. Hallo, bist du's, Taui? Ja, ja, ihr Tom Nook. Was macht die Grundstücksuche? Ähm. Ja, läuft super soweit. Vorzüglich, dann läuft also alles wie am Schnürcheln. Wirf mal einen Blick auf die Box, die vor dem Grundstück steht. Da steht, äh, äh, da siehst du, was gebraucht wird. Sachen, die später im Haus stehen, gehören in die Box. Den Rest stellst du einfach ins Freie aufs Grundstück. Soll ja schließlich auch was er machen, das Ganze, stimmt's? Oder hab ich recht? Wenn die drei Grundstücke feststehen und du alles abgeliefert hast, dann melde dich wieder bei mir, ja? Ich warte im Service Center auf dich. Danke nochmal für deine Eifer. Okay. Ich würde die gerne ein bisschen nebeneinander stellen. Äh, mal sehen. Passt so weit, würde ich sagen, mein Gott. So. Damit steht fest, wo Grundstück Nummer 2 hinkommt. Und ich werde wieder angerufen. Mein Nugfung klingelt. Willst du mich weiter nerven? Äh, Taui? Ich wieder. Entschuldige, dass ich dauernd störe, aber ich hab da noch was vergessen. Folgendes. Du musst da eine Kleinigkeit anfertigen, und zwar einen Kranz aus Blumen. Wenn man die Klippen auf der Insel hochklettert, findet man welche. Kleiner Tipp des Hauses. Ich hab dir eine Bastelnleitung für eine Leiter geschickt. Kannst ja schlecht die Wände hochlaufen, was? Gut, dann mach dich mal ein Zwerg. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ja. Ui. Das gefällt mir natürlich. Dafür darf ich mich doch gerne stören. Ähm, hier errichten. Äh, mal sehen. Müsste ein Dreierabstand sein, oder? Warte mal. Äh, jetzt muss ich kurz gucken. Ohne Momento. Habe ich hier einen Dreierabstand? Ne, einen Zweierabstand habe ich hier gemacht. Okay, Details. Zweierabstand. Das heißt, hier. Wo ich gerade stand, war es eigentlich schon gut. Ähm, nee. Ja. So. Das passt doch gut. Gut. Okay. Dann können wir uns jetzt endlich unsere Leiter bauen. Das machen wir doch auch gleich. Was brauchen wir denn dafür? Was soll ich tun? Etwas herstellen. So. Und eine Leiter. Dafür brauche ich Hartholz, Weichholz, bla. Holz. Holz. Hartholz. 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 Lehm. Eisenholz. 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 Was ist das? Bauklotzzet. Okay. Und Steine brauche ich. Ui, Kirschen. Ich muss Kirschen besorgen. Oh, okay. Kirschen. Das ist doch okay. Das heißt, ich brauche Eisen. Ich brauche Stein. Das da. Das da. Das da. So, ich packe lieber ein bisschen zu viel ein. Äh, wie zu wenig. Und dann können wir uns endlich die Leiter machen. Das freut mich doch. So, dann gucken wir mal, was wir noch bauen können. So. Also, wir haben eine Vase. Ich hoffe, das bleibt bei einer. So. Nein, ich wollte weitermachen. Mich stört gerade. Ohne Momento. Mich stört dort ein bisschen. ähm. Anziehen. Kann ich. Kann ich. Das ausziehen. Ja. Jetzt gefalle ich mir doch wieder ein bisschen mehr. Okay, etwas herstellen. So. Keramikug herstellen. So, habe ich gemacht. Dann herstellen können wir das hier. Dann können wir herstellen. Guck mal, da sind doch die Sachen. Dann können wir herstellen. Dann können wir das Bett. Dann brauchen wir das Bauklötzchen-Set, wenn ich mich nicht verlesen habe. Aber erstmal brauche ich noch das hier. Diesmal craften wir aber ganz schön viel. So. Dann einmal das hier. 15 Holz. Menge teuer. Dann einmal das hier. So, dann. Brauche ich dafür auch noch mal ein Bauklötzchen? Ich brauche hierfür auch Bauklötzchen. Ich bin jetzt hier. Ja... Das nenne ich mal unfair, okay. Dann muss ich hier auf das Ding warten. Dich habe ich gesehen, dich will ich haben. Oh, ein Wasserläufer. Das Laufen hat dir nichts genützt. Du hättest dich nicht hetzen müssen. Okay, dann brauche ich einmal das hier. Okay, da kommt doch das Geschenk schon. Dann können wir endlich da hoch. Oh mein Gott, ich glaube es echt nicht. Das ist doch toll. Okay, ähm. Ich hoffe, das plumpst jetzt nicht ins Wasser. Oh, meine Tasche ist voll. Äh, tauschen. Was will ich denn kurz rauswerfen? Äh, Gartenzwerg. Schallplattenkiste. Ich hätte mein Inventar vielleicht vorher sauber machen sollen. Hm. Okay, ähm. Dann machen wir es mal kurz anders. So. Was brauchst du denn? Äh. Items für drin. Kirschen, Lautsprecher, Topf, Items für draußen. Also, ne, Strohpatch, Wingschaukel, Fass. Okay, was brauchst du? Drin, Bauklotzanlage. Abgeben. So, okay. Plus. Okay. Items für draußen. Funktional, Gartenstuhl, Vogeltränke. Okay, dann mach ich mal die Vogeltränke. So, und was brauchst du? Für drin. Abgeben. Einmal Keramikrug und das Holzbettchen. Und für draußen. Baumstamm-Ess-Tisch, Holz einmal Baumstamm-Bank. Okay. Die würde ich dann gerne hier platzieren. Baumstamm-Bank platzieren. Und dann... Topf? Nein. Schellplatten. Baumstamm-Ess-Tisch. Oder? platzieren. Der ist ein bisschen größer, als ich dachte. Okay. Ähm. Dann würde ich vielleicht noch eine zweite Bank bauen. Oder packe ich die? Ich glaube, ich packe die hinter das Haus. Weißt du? Ich glaube, ich packe die hinter das Haus. So. Wobei, die müssen, glaube ich, da... Ne? Ich glaube, die wollen das... Ja. Äh. Der ist halt schon groß. Ähm. Und dann... Baumstamm-Bank. So. So. Für draußen. Was fehlt denn da noch? Holzeimer. Hab ich nicht. Oder? Hab ich den schon gebaut? Äh. Drinnen. Ja. So. Und wo brauchst du jetzt hier den Topf? Draußen, oder wie? Ne. Fass. Für drinnen. Topf. Abgeben. Okay. 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 Komm, schneller her, bitte. Okay. Dann gucken wir mal kurz, was ich hier drin hab. Auspacken. Lehm. Und Campusjacke tragen. Ja gut, die finde ich jetzt nicht so hübsch. Aber ja, egal. Aber einfach egal. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von Animal Crossing New Horizons. Bis dann und bye bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.